Willkommen, willkommen, zurück, zurück hier bei Crysis 1 und dem Herrn Lück und mit mir dem Elmquake. Herr Lück ist der Typ, der eigentlich immer mit uns spielt, aber nie da ist, falls es jemanden interessiert. Ich hätte auch mit dem Auto fahren können, sehe ich gerade. Aber wir konzentrieren uns mal auf das Wesentliche und das heißt... Was? Da oben auf dem Hügel? Oh nein, jetzt haben die mich schon wieder plat... Oh, das ist doch wohl zum Kotzen. Oh, oh, was ist denn hier passiert? Was ist denn da jetzt passiert? Ist schon wieder jemand hinter mir? Jemand vor mir? Nee, 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 nee. Nee, so läuft das nicht, Jungs. Da sind zwei, oder? Ist das ein Hubschrauber? Oh nein, bitte nicht. Bitte keinen Hubschrauber. Doch, da ist einer. Guck, den müssen wir... So, entledigen wir uns dessen. Ah, hier, komm. Stirb, du Arsch. Wo bist du? Wo bist du? Okay, du bist erledigt. Schrotzflinte. Nee, Schrotzflinte ist scheiße. Schrotzflinte ist scheiße. Spannung! Spiel und Spaß! Ein Übertragungswagen. Haha, guck mal. Den haben wir aber gut runtergeholt, ja. Ich würde sagen, ich gehe hinten lang. Vielleicht bekomme ich hier was bei den Hütten. Nein. Aha, dieses Ding. Maximale Panzerung. So, und dann? Lad auf, lad auf, lad auf. Und? Fernfeld aktiviert. Da oben ist einer. Gut, der stört mich jetzt nicht. Ist das das Ding? Wieso schmeißt der sich denn hin? Was ist denn mit dem los? Die sind zu zweit. Kann ich das benutzen? Nee. Ich mache mal kurz Umschaltung. Und dann gehe ich mal wieder zurück. Und gucke mal in dieser Hütte ob mir das was nützt. Das nützt mir doch bestimmt irgendwas. Irgendein Sinn. Da ist es. Und da ist der Typ. Ach, das können wir auch so machen. Ach so. Haha. Wir müssten Nee, wir müssten ducken. Und dann. Chuck, pass auf. Habe ich, habe ich die Panzerung? Oh, rechts sieht man einen Clipping-Fehler. Macht nichts. Und jetzt kann ich da reingehen. So. Benutzen wir doch den Scheiß. Jawohl. Psycho, ich habe die Position eines Munitionslagers im Hafen. Er sorgt dir ein bisschen C4 für die Artillerie. Hm. Habe ich eigentlich. kritisch. Wie bei Las Vegas. Tarnfeld aktiviert. Ist da der Zweite? Hahahaha. So läuft das. Ist das geil. Ah, ich liebe es, wenn er im Plan funktioniert. Tarnfeld aktiviert. So, wir gehen mal kurz raus. Und jetzt gucken wir uns den dort an. Mit seiner Heule. Hahahaha. So läuft das. Habe ich das schon gesagt, dass das so läuft und nicht anders? Eine Ruhe hier. Oh. Wo seid ihr denn hergekommen? Tarnfeld aktiviert. Was zum Teufel holen? Ach, das gibt es doch nicht. Ziel verloren. Ha, Fresse. Du kriegst niemanden. So, und jetzt ist Ruhe hier. Sind da noch mehr? Tarnfeld aktiviert. Jetzt habe ich aber einen Schreck gekriegt. Aber ich denke mal, ich gehe mal am besten noch da hoch. Um mal zu... Hier sind doch noch welche. Hier sind doch noch welche. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht finde ich hier noch ein bisschen Muniz schon. Von Scharfschützengewehr. Jawohl, genau. Sehr schön. Die Kiste brauche ich nicht. Aber ich würde gerne wieder klettern. So. Gehen wir doch mal wieder runter. Na, so läuft es doch. Läuft, läuft, läuft. Es läuft. Maximale Panzerung. Oh, ein schöner Sonnenuntergang. Ja, das gefällt mir. Okay. Da sieht es schon wieder etwas komplizierter aus. Da müsste ich mal mein Fernglas nehmen. Da muss ich hin. Okay. Gut. Probieren wir das doch. Gibt es hier Mim? Nö. Maximale Panzerung. Oh. Scheiße. Wo kommen die denn her? Oh Gott, das sind zu viele. Mist. Ein nach dem anderen. Eine nach dem anderen. Wie viele seid ihr? Ich bin hier nirgends. Da. Komm, komm, komm. Kontakt verloren, das ist gut. So, komm her. Ah, jetzt sind sie wieder zu viele. Jetzt sind wir weg. Komm, komm, weg hier, weg hier, weg, weg, weg hier. Die können mich mal am Orscher lecken. Ob die mir hinterher kommen. Ach, die können sich dort drum kümmern. Ah, das ist wieder so ein Boot. Und jetzt muss ich hier... Ah, ein Kontrollpunkt. Okay. Gut. Schauen wir mal. Dort sind viele, viele. Flugabwehr. Oh Gott. Das sieht aber gefährlich aus jetzt. Das muss ich mal so sagen. Ich könnte hier oben lang. Ich muss immer mal mich mal ein bisschen tornen. Ach so, hier kommt man nicht durch. So kommt man durch. Aha, man könnte das Ganze. Du hältst die Augen für mich offen, Psycho? Das ist gut. Aha. Ja, 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 ja. Energie kritisch. Nimm mal die Stärke. Maximale Stärke. Okay. Okay. Maximales Tempo. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe Mist gebaut gerade. Oh nein. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld. Tarnfeld. Ja. Komm her. Tarnfeld. Tarnfeld. Ich könnte da rein. Was schießt ihr denn? Mit was schießt ihr denn? Wer ist denn das da oben? So, komm. Ah, ihr seid zu zweit. Ho, 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 ho. Das ist ein ganzes Waffenlager, ey. Guck dir das an. Ist das geil. Oh, ist das geil. Habe ich schon nachgeladen? Ja. So. Maschinenpistole? Nee, will ich nicht. Ich will jetzt mal hier hoch. Mal gucken, was es hilft. Du siehst mich zwar, aber... Ach, das war eine Scheibe. Scheiße. Voll durch die Scheibe geschossen. Spannung steigt. Hier, nehmen das. Und das. Äh, hab ich mir das selbst in die Fresse? Nein. Oh, scheiße. Wieder mal eine Granate, die natürlich genau nach hinten losging. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. So, gibt's ja noch irgendwas zu holen. Schrot. Hab ich voll. Komm. Nehmen wir alles. Nehmen so viel Moon, wie wir kriegen können. Alles voll. Okay. So. Wo muss ich denn hin? Erstmal hier muss ich den eine geben. Hahaha. Der war schon mal cool. So. Na, komm her. Du bringst hier niemanden um. Ich bring dich um. Hast du das gesehen? Dann muss ich ja bloß noch da hin. Wo diese Abwehrstadt schon ist. Ah, kann ich hier durch? Guck mal, das ist ja cool. Okay. Ich geh mal hier lang. So, hier durch. Hey, Psycho. Das ist ja cool. Du bist das. Energiekritisch. Aha. Oh, 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 oh. Unklug. Uncool. 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 Könntest du nicht an mir vorbeilaufen? Kasperle. So. Ihr könnt ja das machen. Ich mache das einmal. Hahaha. Bleib stehen. Oh, oh, oh. Es wird kritisch. Aber es geht ja eigentlich noch. Das wollte ich machen. So, und dann wollte ich eigentlich die da dran. Und weg. Und. Jawoll. Oh Gott. Was jetzt? Was jetzt? Oh, hier ruckt es wie Sau. Hier ruckt es wie Sau. Ja, das macht nichts. Das macht nichts. Wir drücken Feuer. Und jetzt kommen wir gleich weg. Geh weg. Und du auch. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, was soll ich machen? Den Störsender. Ah, okay. Jetzt geht es weiter hier, oder wie? Ich muss aber erstmal mich dieses hässlichen Vogels dort... So, jetzt ist der Kunde auch weg. Erledigt der Fall. So, jetzt fahren wir bloß noch den Störsender. Nur noch das Ding. Und du? Bist du noch dort oben? Du bist noch da? Ne, das nützt mir gar nichts. So, Tarnfeld ist aktiviert. Und wir werden hier kurz aussteigen. Und dann sind wir gleich wieder da. Bis denn dann. Ciao. Ciao.